Präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr ProfiCast für Layout und Design. Anhand eines weiteren Beispiels erfahren Sie, wie Sie es mit nur einem Absatzformat schaffen, dass die Wörter in einem Text in drei verschiedenen Farben glänzen. Eine nicht ganz ernst gemeinte Anwendung möchte ich Ihnen hier mal demonstrieren, in InDesign für verschachtelte Formate. Diese können wir auch auf die Zeichen, also auf die Zeichenabfolge definieren. Dafür haben wir hier mal diese schöne Pizzakarte und die Überschrift möchte ich hier umgestalten. Dieser Textzug hier ist gestaltet mit einem Absatzformat mit der Trajan, Bold, 48 Punkt und so weiter. Nun möchte ich aber, dass jeder Buchstabe eine andere Farbe erhält. Und dafür verwende ich zunächst einfach mal Zeichenformate. Hier lege ich mir mit dem Blattsymbol ein neues Zeichenformat an und mit einem Doppelklick kommen wir hier da drauf. Und natürlich beginnen wir erstmal mit dem Zeichenformat grün. Dabei lege ich wirklich nur fest, dass wir hier einen grünen Text haben. Nehmen wir mal hier diese Farbe oder mit einem Doppelklick komme ich auch in dieses Farbfeld, wo ich mir dann die Farbe komplett anmischen kann. Somit habe ich nun eine Prozessfarbe, füge die einfach hinzu und kann das Ganze mit Fertig bestätigen. Und schon erscheint die hier und so können wir dann weiterarbeiten. Dazu kommt auch, dass wir die Kontur der Schrift noch zusätzlich unterstützen können. Dabei gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel eine weiße Kontur herbeizuführen. Hier gibt es noch die Möglichkeit, die Kontur konkret einzurichten und zwar die Stärke. Dabei nehme ich mal zwei Punkte und wir setzen die Kontur nach außen. Das bedeutet, die Typografie wird mit der Kontur nach außen hingesetzt. Was das heißt, sehen wir gleich, wenn wir diese Formate anwenden. Nun haben wir also erstmal ein grünes Zeichenformat. Das probieren wir hier mal konkret aus. Wir nehmen einfach mal zwei Buchstaben und wenden dieses Zeichenformat an. So sieht das Ganze also aus. Die Kontur liegt hinter der Typografie. Das bedeutet also, die Schrift wird hier von der Typografie nicht weiter verdeckt. Kommen wir mal wieder zu unserem Zeichenformat. Und wir legen uns natürlich noch weitere Zeichenformate an. Und zwar natürlich ein weißes Format. Hierbei gibt es eine schwarze Kontur und der Text ist natürlich weiß bzw. Papier. Nun zuletzt noch ein rotes Format. Hier haben wir kein entsprechendes zur Verfügung, also mischen wir uns wieder eines an. Und das können wir hier wieder in dieser Liste auswählen. Hier verwende ich wieder eine weiße Kontur, die hinter dem Text liegt. Nun können wir also diese Zeichenformate einbinden in ein Absatzformat. Und das machen wir jetzt, indem wir hier mal dieses Absatzformat aufrufen. Und mit einem Doppelklick komme ich nun in die Einstellungen. Die verschachtelten Formate, die finden Sie hier in diesem Reiter. Und da sehen Sie, dass Sie die verschachtelnden Formate auch für eine komplette Zeile einrichten können. Wir wollen das allerdings für einzelne Zeichen tun. Also nehmen wir mal ein neues verschachteltes Format. Wir beginnen natürlich mit der grünen Farbe über ein Wort. Oder wir nehmen dafür einfach nur ein Zeichen. Ein neues verschachteltes Format. Nehmen wir dafür dann weiß. Wiederum über ein Zeichen. Und ein neues verschachteltes Format über das Format rot. Nun sehen Sie also, dass das hier mit weiß beginnt und mit rot folgt. Wo ist denn nun eigentlich das grün geblieben? Nun, zunächst, wenn ich hier diese Formate einrichte, so könnte ich sie jetzt natürlich noch weiter ergänzen. Aber ich möchte einfach nur, dass diese Formate wiederholt werden. Grün, weiß, rot, grün, weiß, rot und so weiter. Also nehmen wir nun ein neues Format. Aber dafür sagen wir, das Ganze wird wiederholt. Wir bauen also eine Schleife. Und dieses Wiederholen findet statt mit den letzten drei Formaten. Und sofort sehen wir, was dann passiert. Wir haben also hier bereits schon unseren grün, weiß, roten Text. Das Ganze verschachtelt sich so ein bisschen mit den Konturen. Deshalb können wir natürlich die Kontur noch ändern. Oder wir ändern mal eben die Laufweite des Textes. Und da sehen wir schon, das sieht schon deutlich besser aus. Hier noch einen kleinen Hintergrund, warum das Ganze hier nicht mit grün beginnt. Wenn wir mal in den Layout-Modus klicken, dann sehen wir, dass hier ein Gefiert-Strich drin sitzt. Dieser Gefiert-Strich sagt also, dass der Text mindestens ein Gefiert-Abstand von der linken Kante haben soll. Doch das brauche ich ja eigentlich nicht. An dieser Stelle nehme ich einfach diesen Gefiert-Strich wieder raus. Und sofort fängt das Ganze mit einem grünen Buchstaben an. Dies kann ich auch mit einem Textrahmen-Optionen wählen. Mit Apfel-B oder Steuerung-B kann ich also diesen linken Abstand genau definieren. Und da kann ich auch dieses Gefiert konkret eingeben. Einfach in der Versalgröße 48PT von links. Und natürlich nicht von oben und unten, sondern nur von der linken Flucht. Somit habe ich also dieses Absatzformat definiert mit diesen Zeichenformaten, die wiederum auf diese Farbfelder verweisen. Grün, Rot und natürlich Weiß. Sie sehen also, es gibt eine Menge Möglichkeiten, diese Konturen und Farben jeweils in ein Absatzformat einzubinden, um damit auch grafische Spielereien in InDesign zu ermöglichen. Untertitelung des ZDF, 2020